Halli Hallöchen! Wir begrüßen euch zu einer Runde Arena Brawl auf dem Hypixel Server. Wir drücken uns selbst die Daumen, dass es jetzt bitte nicht an TGWs Internetleitung scheitert. Weil ich den Schüssen aus... Ja, direkt auf den roten hier. Was für Schüsse? Ja, die der vielleicht schießen wollte. Ja, ich bin gesloten. Alter. Auf. Komm, komm. So, 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 ich geh mich heilen runter. Okay, Internet ist schon wieder super. Hat ein bisschen gedauert. Hau ab und heil dich auch. Schnell. Ich heil... Ich bin voll, ich bin voll. So, komm, komm, komm. So. Oh, der hat so'n, 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 keine Ahnung, wie das heißt. Ich geh mich heim. Jo. Oh nein, die haben Double Damage. Oh nein, die haben Double Damage. Der eine ist fast da und er hat nur noch 800. Hm. Komm, 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 komm. Er hat nur noch 400. Komm, das schaffen wir. Auf das Healing Totem. Was? Es ist eh zu spät. Es ist eh zu spät. Ja, gut. So, warte, bleib stehen, bleib stehen. Na, ich hätte uns geheilt, aber egal. Ja, pass, brauchen wir nicht. Passt. Komm, den zerbersten wir ja. Oh klar. Ja. Äh, hast du'n... Warte, ich setz'n hier drücken. Nee, du musst... Okay. Ich geh schon drauf. Er darf sich nicht heilen. Nein, er hat sich hier... Oh, nee. Aber trotzdem, komm, der hat keine Chance. Ja, komm. So, bam. Komm. Ja, okay, passt. Jetzt ist er weg. Und? Oh! So. So. Yeah, wir haben ne Runde gewonnen. Puh! So, das war... Wow, die Runde hat nur acht, äh, acht... Drei Minuten gedauert. Okay, das ging ja schnell. Ähm, egal. Ich würd' sagen, hängen wir trotzdem noch eine Runde dran, oder? Ähm, ja. Sehen wir uns dann gleich wieder, ne? Und da geht's auch schon weiter. Nächste Runde. Die werden wir jetzt nochmal zerbersten, genau wie eben. auch wenn wieder einer mit mehr Leben da ist. Könnte ich mir zwar eigentlich auch kaufen, aber ich möchte ausprobieren, ob man... Vorsicht... Alter! Der hat doch nicht mal Schaden gemacht. Direkt auf den Orangenen, okay? Komm, komm. Oh. Das Problem ist bei dem Spiel, man... man kann nicht so gut reden, wenn man sich so mega... Äh, wo ist denn der andere? Scheißegal. Einfach auf den, äh, Orangenen. Oh, nein, Alter. Egal. Geh doch rein! Och, geh doch. So, Healtotem kaputt machen. Oh, da ist der andere. Oh, 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 oh. Hast du Healt bekommen, oder? Nein, das war der andere, glaub ich. Oh, Scheiße. Ich, ich heil mich. Ja, warum? Och, ne, ich bin dumm. Egal, komm mit rein. Komm bei mir mit rein. Hast'n Arsch, hast'n Arsch. Setz deinen, äh, links deinen. Boah, ich merk schon wieder ein paar Legs, ein bisschen. Bleib, bleib beim Orangenen. Ja, komm. Ja, der ist gleich. Wo ist der, wo ist der? Ah, da. Ich muss mich heilen gehen. Ich auch. Warte, ich, ich baue uns ein. Ach, sehr gut. Ja, da kommt, auf den da, der hat auch nicht, der hat nicht mehr viel. Ja. Aber ich find's auch geil, dass bei mir überhaupt nicht geheilt hat. Warte, jetzt! Ich bin gleich down. Scheiße. Komm, 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 komm. Einfach drauf bleiben. Warte, wo ist denn? Ah! Komm, 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 setz doch rein! Ja, der eine ist weg, der eine ist weg. Ich hau ab, ich hau ab. Nein. Ja, ja. Schau. Wie, nein? Ich hab' mich drüber aufgeregt. Wieso noch? Nein, nein, nein. Weg! Oh, renn doch! Ich heil mich. Ich auch. Ich muss mich heilen. Nein, ich bin tot! Schnell! Schrei nicht so! Ja, sorry. Aufs Healtotum oder ist das dein? Na, egal. Drauf, komm, das schaffst du, David. Komm! Hoch! Schnell, hoch! Geh drauf! Auf das Healtotum! Ja, ich hau drauf! Geh dich heilen, geh dich heilen! Er hat mehr als du. Geh dich heilen! Ich kann nicht heilen. Ich brauche aber noch 60 Sekunden. Ja. Wo ist er? Wo ist er? Oben, der ist oben. Da ist Double Damage! Nein, bleib weg, bleib weg! Er hat's! Bleib weg! Ja, genau. Alter! Oh nein, Scheiß! Versuch auf jeden Fall dich zu healen! Alter, ich kann mich nicht drehen! Oh nein, okay! Oh nein, okay! Oh, ich hab' immer so viel! Ach! Leben! Leben! Jetzt hätt's noch! Ich hab' noch viel! Ja, egal. War trotzdem ne coole Runde. Komm, eine hängen wir noch dran. Und da sind wir auch schon in der letzten Runde. Jetzt werden wir aber nochmal hier zerbersten. So, drauf, los! Ja, tja, Tarnbüsten. Oh, ach, jetzt ist ein Schneeballtür-Heini dabei. Das ist gut. Der macht nämlich nicht so viel Damage. Gehen wir erstmal auf den anderen, okay? Auf den mit dem Lederhut. Ja, der hat einen Eisenhut. Ach, die haben eh beide Schneebälle. Okay, das ist schön. Ich mag's, wenn wir Gegner haben, oder... Ja, halt allgemein mag ich Gegner, die nur Schneebälle haben. Weil die machen wirklich fast gar keinen Schaden. Es ist halt mega nervig, dass die immer so langsam... Äh, dass man dann langsam wird zwischendurch. Ah, ich bin... Was ist das? Wo hab ich so viel Damage herbekommen? Egal, Healing. So, ich bin mich am heilen. Hey, erstmal ohne Mist, warum hat der so viel Damage gemacht? Was ist das? Ach, ich hab's gebrochen. Nein. Ich hab's gebrochen. Geh doch kaputt! Los, komm. Scheiße Auf den Leder, auf den, äh, nein, Eisenhut, Eisenhut Eisenhut? Ja, Helm, ist mir auch egal Er hat nur noch 200 Komm Ich hole mal die Double Damage Schnell, schnell, schnell Ja, komm, er hat nicht mehr viel, 100 noch Komm, renn doch Nein Einfach rein, 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 rein Geh, 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 geh doch kaputt Ja Scheiße, nein Ich bin, ich bin, nein, ich muss hier weg Ich bin dumm Komm Los, rein, 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 rein Nein, oh, hier Ja, boah Boah, das war ne nice Ja, Mann, läuft bei uns Ja, ich will trotzdem sagen, das waren auch drei coole Runden Äh, es gibt noch ein paar Dinge, die ich ganz kurz noch sagen wollte Und zwar ist euch, also es sind ja in letzter Zeit sehr viele Leute noch dazugekommen Und Interessiert absolut niemanden Ich gehe auch davon aus, dass die meisten dieses Infovideo nicht gesehen haben Langweilig Halt jetzt deine Schnauze Wo ich gesagt hatte, dass nächste Woche keine Videos kommen Oder es kommt halt jetzt dieses eine Aber Okay, ich mute dich noch kurz Okay, so Also da wird das erstmal kurz gemutet Ähm Und zwar Was wollte ich sagen, Scheiße Na genau Aber es wird ja sicher aufgefallen sein, dass in letzter Zeit nur diese zwei Videos kamen Und das war ja auch, weil ich Was fängt der da mit an, Alter Das könnte, äh, ja, hab ich ja schon gesagt Das liegt da dran Dass Ja, du bringst mich voll raus Liegt da dran Dass ich nächste Woche meine Abschlussprüfung schreibe Oder halt, wenn ihr das Video seht, diese Woche Und deshalb halt Keine Videos, ne Aber nächste Woche Geht's dann auch wieder ganz normal weiter Ganz normaler Uploadplan Nur, wollte ich nur noch mal für die sagen Äh, die Neu dazugekommen sind und das Infovideo nicht gesehen hatten Nur, dass ihr euch nicht wundert, ne Also, es war jetzt genug gelabert Links kommt ja, was weiß ich, wo wohin Rechts kommt ja auch zu einem anderen Video Unten könnt ihr abonnieren Daumen hoch, nicht vergessen Und dann würde ich einfach sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal So, jetzt sag noch Tschüss, David Man hört dich wieder, ja Tschüss Aber Tschüss Tschüss Getsch Getsch Getsch